Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Heute möchte ich dir gerne eine App vorstellen, mit Hilfe dessen, der du deine Internetgeschwindigkeit testen kannst. Kurz vorweg, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Internetgeschwindigkeit ihr habt. So, ich bin jetzt hier schon mal im Netz verbunden. Ich habe hier oben, wie ihr sehen könnt, schon LTE, also 4G in meinem Fall. Und die App heißt speedtest.net. Jetzt rufen wir mal die App auf. So sieht sie aus. Finde den besten Server. Also das ist quasi den besten Server in meiner Nähe. Bevor wir einen Test starten, klicke ich erstmal auf Ergebnisse. Da könnt ihr quasi hier sehen, die Ergebnisse, die ich habe. Hier zum Beispiel 51 Megabit zu 23 Megabit Upload, also finde ich nicht schlecht. Hier 43 Megabit Upload. Hier können wir auch noch grad sehen, woher das ganze Serverstandort Dirtikon, also in Zürich. Wenn ich hier auf Einstellungen klicke, kann ich auch sagen, aktueller Server kann ich hier auch noch einstellen. Hier zum Beispiel Dirtikon. Ich kann draufklicken als bevorzugt, also dass er immer den nehmen soll. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich möchte auch da listig einen aussuchen. Und dann nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, was nehmen wir denn hier als Beispiel, den Server in Karlsruhe. Soll einfach den benutzen. Ich kann aber auch sagen, dass wir immer das Ganze in Kilobyte anzeigen oder in Megabyte. Dann noch meine externe und meine interne IP-Adresse, die sich regelmäßig ändert. Da kann ich jetzt sogar noch zeigen. Wenn ich hier auf Info klicke, dann sehe ich eben hier, ich kann ein Feedback senden und, ja, O-Class Speedtest mithelfen und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange rum. Starten den Speedtest am besten mal. Starten. Es wird natürlich Werbung eingeblendet, aber die muss man ja nicht anklicken, wenn man nicht will. Also hier, ein Ping von 38, ein Download von, na, fast 20. 18, bei 18 hat er sich jetzt eingependelt. Und was ist denn der Upload? Ja, da sind wir auch bei, ist fast, na, es ist sogar ein Megabyte höher. Na, doch 18 zu 19, also nicht schlecht. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr so für Ergebnisse habt und wie euch die App gefallen hat. Ich finde, das ist eine ziemlich coole App, wenn man mal testen möchte, hey, wie ist meine Internetverbindung eigentlich. Das war es für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.